So, herzlich willkommen. Das ist der Holger. Und das ist der Vido. Genau, und wir erzählen euch heute ein bisschen was zu unserer möglichst intelligenten Fußbodenheizungssteuerung. Also, wie sind wir zu dem Thema gekommen? Ich habe in meiner Wohnung eine Fußbodenheizung eingebaut, seit ein paar Jahren. Und habe dann irgendwann angefangen, mit so einem Raspberry Pi mal die Temperaturwerte und wann das an- und ausschaltet zu messen. Und habe halt festgestellt, dass dieses Heizverhalten der Fußbodenheizung ziemlich strange ist. Also, sehr langsam, sehr träge, sehr ineffizient. Und da kam dann die Idee, dass ich gesagt habe, okay, das würde ich mir gerne mal genauer angucken, was da auch an Optimierungspotenzial ist. Also, auch in Richtung Energieeinsparung und dass sich die einfach besser steuern lässt. Ich war dann im Open Knowledge Lab in Bonn. Also, wir sind beide aus Bonn und der Region. Und in dem Open Knowledge Lab in Bonn habe ich das anfängliche Projekt und die Idee mal mitgebracht und vorgestellt. Und habe dann den Holger begeistern können und sich da mit zu interessieren. Und ab dem Zeitpunkt waren wir schon zwei, die jetzt an diesem konkreten Projekt gearbeitet haben. Wir hoffen, das werden nach dem heutigen Tage noch deutlich mehr. Und ja, die Idee war halt dann nicht nur einfach so ein kleines lokales System bei mir zu Hause zu machen, sondern wenn wir das im Open Knowledge Lab machen, dann muss das natürlich auch Open Source und groß und modular und mit standardisierten Schnittstellen sein. Und ja, der weitere Grund, warum wir uns da zusammen mit beschäftigen, ist, dass wir einfach anhand von dem Beispiel auch eine Menge lernen wollen. Also, wir haben hier ein IoT-Device, wir haben ein Backend in der Cloud, wir haben halt die Schnittstellen, wir haben die KI, die die Daten dann bearbeitet. Und wir haben User Interface und das sind dann schon relativ viele Bausteine, wo es dann auch Sinn macht, dass sich da mehrere Leute gemeinsam Gedanken dran machen. Und das ist dann auch heute hoffentlich der Startschuss, das Ding ein bisschen größer zu kriegen, indem wir halt die Community, also euch einladen, mitzumachen. Die Modularität, die wir da angedacht haben, erlaubt halt auch, dass man sich einzelne Bausteine, also entweder das Device oder den KI-Algorithmus oder die Backend-Technologie einzeln schnappt und austauscht. Und wir haben das eben so konzipiert, dass es eben sehr modular ist und sich das gesamte System auch in unterschiedliche Richtungen weiterentwickeln kann. So, und sehr wichtig ist halt auch der Community-Aspekt deswegen, weil wenn wir da experimentieren und uns Sachen überlegen, ist es halt sehr wichtig, dass wir eine größere Anzahl an Daten haben und nicht nur mein kleines Klo als Datenraum haben, wo ich jetzt schon einen Prototyp installiert habe. So wie das Modellhaus, was ihr hier vor mir stehen seht, sondern dass wir halt da noch eine größere Anzahl von unterschiedlichen Raumcharakteristika, unterschiedlichen Häusern, auch Regionen finden, die man da an der Stelle analysieren kann. So, dann kommen wir zu dem Ding, was ist erstmal so eine Fußbodenheizung? Ich habe hier ein Foto aus der Renovierungsphase, wo die Schläuche, durch die das warme Wasser aus der Zentralheizung gepumpt wird, zu sehen sind, bevor dann die dicke Estrichschicht da drauf gegossen wurde. Und das ist auch direkt Teil des Problems, weil dieser Estrich, der wird halt von diesen Warmwasserschlaufen aufgeheizt und der speichert die Wärmeenergie halt für eine sehr, sehr lange Zeit. Das ist eben ein Kern des Problems, dass die Energie da reinfließt, dann sehr lange eben in dem Fußboden gespeichert ist, sich langsam in den Raum ausbreitet und dann eben auch sehr lange braucht, bis sie wieder abkühlt. So, wir haben hier die Steuerzentrale, da laufen die ganzen Schläuche der einzelnen Heizschlaufen in der Wohnung zusammen. Man sieht auf der rechten Seite sind die Zu- und Ableitungen der Zentralheizung aus dem Keller und diese weißen Dinger, das sind die Stellmotoren, die Ventile, die jetzt jede einzelne Heizschleife auf- und zumachen. Das heißt, die können wir mit 220 Volt ansteuern. Wenn man da Strom drauf gibt, geht das Ding auf, das warme Wasser fließt durch und wenn man es wieder abschaltet, hört es auf, durchzufließen. So, dann ist das Problem, im Sommer können wir nicht arbeiten und testen, weil die Heizung da aus ist und das ist einer der Gründe, warum wir ein Modellhaus entwickelt haben oder gebastelt haben, wo wir unseren Prototyp eingebaut haben und ich habe da viel rum experimentiert. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, aber ihr könnt auch vorne schauen und später draußen. Was sehr gut funktioniert hat, ist ein Vintage-Bügeleisen, weil sich das eben auch mit 220 Volt aktivieren lässt, dann heizt und weil es relativ schwer ist und eben diese Eisenplatte unten drin hat, wird da die Wärme auch gespeichert und das haben wir in unseren Tests gesehen, sehen wir gleich noch im Detail, dass sich das eben sehr, sehr gut eignet, um jetzt im Modellcharakter, also ohne störende Menschen in dem Haus, das Funktionsprinzip unserer Algorithmen auszuprobieren. Genau, und hier sieht man eigentlich, was wir haben wollen. Das obere ist sozusagen die Temperatur, die wir uns wünschen, das heißt, wir hätten eigentlich am liebsten, beispielsweise um 6 Uhr, wenn wir aufstehen, zack geht die Temperatur hoch und wir haben es irgendwie angenehme, naja, oder sehr warme, vielleicht 25 Grad in der Morgenphase, dann über den Tag bin ich nicht da, da senkt er sich ein bisschen ab und am Abend heizt er vielleicht nochmal hoch und geht dann später wieder in die Nachtabsenkung. Und wie der Video gesagt hat, das ist ein träges System, also das ist irgendwie wie so ein Schiff oder Tanker, kann man sich das eigentlich vorstellen, wo man eigentlich schon viel früher anfangen muss zu steuern, bevor der irgendwie eine Kurve fährt und dann übersteuert der halt und das sehen wir eigentlich auch in den Grafiken. Das heißt, was passiert, wenn ich um 6 Uhr sage, okay, meine Temperatur soll hochgehen, der braucht eine ganze Zeit, bis der sozusagen überhaupt auf die Temperatur kommt und dann schalte ich hier ja aber erst ab und damit übersteuert der, das heißt, die Temperatur, die Energie, die schon in dem System drin ist, die wird noch abgegeben, damit wird es zu heiß, dann geht er wieder runter. Hier geht er auch natürlich eigentlich viel zu spät runter, zirkuliert so ein bisschen um die gewünschte Temperatur rum und im Endeffekt dieses Ding, das wollen wir optimieren und da bessere Ergebnisse reinkriegen. Genau, also im Idealfall sollte es so aussehen, der fängt halt früher an zu heizen, vielleicht schon eine Stunde vorher, sodass ich dann zum Beispiel um 6 Uhr die gewünschte Temperatur habe. Ich kann durch geschicktes, ja, die Haltephase im Prinzip verbessern, indem ich da immer nur kurze Heizwellen reinschicke, also so Heizimpulse, damit ich da nicht so eine ganz starke Zirkulation um die gewünschte Temperatur habe. Genau, und die beiden Punkte hatte ich jetzt eigentlich schon gesagt. Rechtzeitig anfangen zu heizen und rechtzeitig auch wieder aufhören zu heizen, damit man diese Überheizphasen nicht bekommt. Genau, so der Vortrag strukturiert sich jetzt in diese fünf Bereiche. Ich werde erst mal ein bisschen was über das IoT-Device, über den Mikrocontroller erzählen, dann das Backend beschreiben, dann übernimmt Holger und wir reden über weitere Sensoren und Eingabedaten, sowie die KI-Engine und das Nutzerinterface. Okay, so jetzt habe ich hier mal ein Breadboard mit einem Prototyp zum Basteln fotografiert. Da seht ihr die Komponenten, also ganz auf der rechten Seite ist jetzt hier ein ESP 8266, also so das günstigste, was man da benutzen kann, kostet so um die sechs Euro. Das ist der Mikrocontroller, da sieht man die WLAN-Antenne, das heißt der kann sich mit dem Internet verbinden. Dann links daneben ist der Temperatursensor, das ist auch ein sehr schöner, ziemlich präziser Sensor, den wir da haben. Der ist angeschlossen, links davon das Relais, das den Stellmotor ansteuert. Ich hatte ja eben gesagt, dass die brauchen 220 Volt, um auf und zu zu gehen. Und das Relais ist halt dazu da, um den kleinen Steuerimpuls aus dem Mikrocontroller quasi wie einen Schalter zu bedienen, sodass das Relais an- und ausgeschaltet wird und dann die Stellmotoren bei den Ventilen aktiviert werden. Dann haben wir da noch ein kleines Display dran, da wird angezeigt, was die aktuelle Temperatur und die aktuelle Wunschtemperatur ist und zum Schluss haben wir noch einen Drehknopf, wo man an dem Device selber nochmal die Wunschtemperatur ändern könnte. So einen Arduino programmiert man in C++, gibt auch Alternativen. Die Standardentwicklungsumgebung ist halt die Arduino IDE, alternativ kann man da auch einen Visual Studio Code nehmen mit einer entsprechenden Erweiterung. Der Mikrocontroller, den ihr eben gesehen habt, der hat halt viele Pins. Die kann man mit unterschiedlichen Funktionen belegen, beziehungsweise sind die belegt, mit verschiedenen standardisierten Arten damit umzugehen. Das Einfachste ist der GPIO-Pin. Der ist einfach dazu da, ein Signal an- oder auszuschalten. Das heißt, da wird einfach ein Ausgangssignal, binär on oder off, auf einen PIN gelegt. Und dann gibt es aber andere standardisierte, serielle Schnittstellen, SPI und I2C. Die sind dann dazu da, um zum Beispiel jetzt das Display oder den Temperatursensor auszulesen oder anzusteuern. Und da gibt es natürlich die Maker-Szene, unter euch kennt das, da gibt es eine riesige Anzahl von Sensoren und Devices, was man da noch anschließen kann. Genau, eine Alternative will ich hier nicht unerwähnt lassen. MicroPython ist momentan sehr in Mode, um eben mit diesen kleinen Mikrocontrollern zu programmieren. Ja, mal gucken. Vielleicht machen wir das bei der nächsten Version dann auch auf MicroPython. Gut, was passiert jetzt konkret auf unserem Mikrocontroller? Also erstmal ist dieses Arduino-Ding, hat halt zwei Hauptmethoden, einmal die Init und einmal die Loop. Die Init wird am Anfang einmalig ausgeführt und die Loop dann in einer Dauerschleife. Was wir hier machen, ist in der Init-Methode, dass wir zunächst die Hardware initialisieren, also da muss man zum Beispiel in dem Display halt einfach erstmal so einen Initialisierungsaufruf machen, damit das verbunden ist und Befehle annimmt. Dann wird die WLAN-Verbindung aufgebaut. Wir haben momentan halt einige mir bekannte WLANs mit Kennung und Passwort hardgecodet einprogrammiert. Das ist natürlich gerade auch aus Sicherheitsgesichtspunkten, aber auch von der Praktikabilität nicht so das ganz optimale Vorgehen. Und dann als drittes wird in der Init-Methode sich am Backend angemeldet, dass der Controller einfach sagt, okay, hier bin ich, gib mir mal die aktuelle Systemzeit, damit die Uhr gesetzt werden kann und wir das erste Event haben, dass das Backend weiß, okay, dieser Sensor hat sich jetzt angemeldet. So, wenn das alles geklappt hat, dann gehen wir in die Loop-Schleife. So, und da passieren halt nach unterschiedlichen Zeittriggern verschiedene Sachen. Als erstes wird das aktuelle Programm ausgeführt. Es wird also zum Beispiel geguckt, liegt jetzt die aktuelle Temperatur über oder unter der Wunschtemperatur und abhängig davon wird dann das Relais und der Stellmotor geschaltet. So, dann wird minütlich der aktuelle Temperaturwert ans Backend gesendet, sodass wir da immer einen aktuellen Stand von Temperaturdaten haben. Ach, jetzt habe ich den zweiten Punkt vergessen. Also, wenn das Relais geschaltet wurde, dann wird auch dieses Event ans Backend geschickt, damit wir wissen, wann ist an und wann ist ausgeschaltet worden. Die Sensordaten werden ans Backend geschickt. So, und dann ist noch ein wichtiger Punkt, dann fragt in größeren Zeitabständen der Mikrocontroller das Backend immer, ob es neue Programme für es gibt. Also, ob man eine aktualisierte Steuerinformationen auf dem Server liegen hat und quasi dann das Verhalten anpassen möchte. So, das beliebte Thema Sicherheit. Also, da haben wir ganz viel Optimierungspotenzial. Wir sind ja auch Work in Progress. Da laden wir natürlich auch gerne die Spezialisten ein, sich da mit zu beteiligen und uns da weiterzuhelfen. Derzeit haben wir halt die Verbindung mit dem heimischen WLAN hartgecodet. Ein alternativer Ansatz wäre halt, den WPS-Taster des Routers zu benutzen. Da haben wir Sachen gelesen, sind aber jetzt noch nicht dazu gekommen, das hier zu implementieren. So, dass man am Device, quasi am Thermostat einen Knopf drückt, am WPS-Router einen Knopf drückt und sich die Verbindung dann aufbaut. Eine weitere gängige Methode für so Mikrocontroller-Dinger ist, dass wenn die zum ersten Mal starten und noch keine Verbindung zum Internet aufbauen können, dass sie selber einen WLAN-Hotspot aufbauen, mit dem man sich dann über einen Laptop oder Handy verbinden kann, ein sehr einfaches User-Interface präsentiert bekommt, über das man dann die Credentials, die Anmeldedaten für sein heimisches WLAN, eintippen kann und beim nächsten Start des Gerätes kennt er diese Daten und kann sich dann halt mit dem WLAN verbinden. Genau, dann nächstes Sicherheitsfeature ist, dass wenn sich unser, also jedes von diesen Devices hat eine eindeutige ID, die ist auch derzeit hartgecodet, da könnte man aber eben auch einen Registrierungsprozess machen, dass Leute, die ein Gerät in Betrieb nehmen, dann halt einen PIN vergeben müssen, sich irgendwo anmelden. Im Endeffekt bekommt das Gerät eine eindeutige ID, mit der es sich dann an das Backend anmeldet und das Backend akzeptiert dann halt nur Anfragen von bekannten Devices. So, die Kommunikation passiert aktuell, SSL verschlüsselt über HTTP. Das heißt, der Datentransport ist an der Stelle verschlüsselt. So, ich warte aber auch händeringend darauf, dass der ESP 32 S2 rauskommt. Der sollte eigentlich schon eine Weile verfügbar sein. Ich habe aber noch kein Gerät in die Finger gekriegt. Und das ist eben eine Erweiterung des aktuellen ESP 32, der spezielle Sicherheitsfeatures, also hardwaremäßig auch eingebaut hat. Also da bin ich schon sehr gespannt drauf und will das gerne ausprobieren. Da wird dann zum Beispiel der interne Speicher verschlüsselt. Wir haben einen Kryptobaustein, der halt von der Hardware, vom Prozessor des Geräts getrennt ist. Und das Ding kann RSA-Signaturen erzeugen. Sehr spannend. So, dann gehen wir rüber zum Backend. So, wir haben derzeit also ein Web-Service, restbasiertes Backend in der Microsoft Azure Cloud Serverless implementiert. Das heißt, wir haben da jeweils eine Azure Function als HTTP-Endpunkt, der dann die REST-Calls entgegennimmt. Das heißt, das Thermostat schickt Daten eben an diese Sensor-Data-API, an die Event-API und an die Programs-API beziehungsweise holt sich Daten aus der Programs-API ab. Das sind dann die Steuerkommandos. Dann gibt es ein User-Interface, das mit der User-Programs-API spricht. Also da jetzt zum Beispiel dann im Tagesverlauf die gewünschten Zieltemperaturen definiert und drüber schickt. Die ganzen Daten landen auch in einem SQL-Server, der auch auf Azure läuft. Und genau, eine weitere Schnittstelle ist noch die API-Learn-Schnittstelle, auf die dann die KI-Engine zugreift, um die ganzen Daten zu analysieren, sich eventuell auch in Echtzeit neue Programme oder Anpassungen ausdenkt und die dann wieder an die Device-Programme zurückschickt. So, das ist der ganz grobe Aufbau vom Backend. Wie gesagt, wichtig ist uns an der Stelle, dass wir die Restschnittstellen halt standardisiert haben, sodass, falls irgendjemand jetzt Azure als Plattform fürs Backend nicht bevorzugt, das relativ einfach wäre, da jetzt komplett diesen Backend-Teil auszulagern und anders zu implementieren. Genau, aber ich, also das ist halt der Bereich, in dem ich unterwegs bin, in dem ich mich am besten auskenne und der auch in dem Fall jetzt sehr, sehr günstig ist. Also diese Azure Functions und die SQL-Datenbank, die kosten in unserem Setup jetzt keine zwei, drei Euro im Monat. Das ist schon ganz cool. So, hier noch ein Blick auf die Datenbankstruktur. Das ist quasi Standard-SQL-Aufbau. Wir haben hier eine Tabelle in der Mitte mit den Devices. Da steht einfach nur die Device-ID drin und noch eine Area-ID. Die gibt an, in welchem Raum sich das Device befindet. Wir haben noch ein paar mehr Tabellen, was eher so das Räume und Hausmanagement betrifft, was dann auch vielleicht Schnittstelle Richtung Heimautomatisierungssystem sein könnte. Die habe ich jetzt hier nicht aufgeführt. Das ist jetzt das, was wir in der Kernfunktionalität benutzen. Also die Devices haben eine Tabelle. Dann gibt es die User-Programs. Da wird definiert, wann der Benutzer es wie warm haben will. Das sieht man jetzt hier in der Tabellenstruktur nicht direkt. Also hier sieht man bei Programmen, das ist im Prinzip dann ein langes Stringfeld, in dem jetzt ein JSON-formatiertes Programm reingeschrieben werden kann. Also das haben wir extra so generisch gelassen, damit wir da halt flexibel sind, um da die Strukturen ändern zu können. So auf der rechten Seite haben wir die Device-Events, auch mit einem Timestamp und was für ein Event da passiert ist. Auch das ist wieder einfach nur ein String, um da auch alles Mögliche reinschreiben zu können. Dann haben wir die Programs. Das ist dann in Abgrenzung zu den User-Programs, wo der Benutzer sagt, was er haben will, steht in den Programs drin, was an das Device geschickt wird, was der Mikrocontroller dann interpretiert und in seinen Schaltmuster umsetzt. Hier haben wir dann auch so Sachen wie Programm-Text, was einfach das Programm beschreibt, ob es gerade aktiv ist, von wann bis wann es gültig ist und der große Teil, also das eigentliche Programm steckt dann auch wieder in einem großen String-Feld Programm-Content. Das ist dann wieder ein dicker JSON-String, in dem eben diese ganzen Steuerbefehle und Konfigurationsdaten und so weiter drinstehen. So, Sensor-Data, das ist die Tabelle, in die dann die ganzen Messwerte reinfließen und damit verknüpft es dann nochmal eine Datenbank mit den einzelnen Sensoren. So, jetzt möchte ich gerne nochmal einen kleinen Blick auf den Source-Code gewähren. Also hier sind wir jetzt in C-Sharp unterwegs und sind jetzt in einer Serverless Azure Function mit einem HTTP-Träger und der Verbindung zu der SQL-Datenbank. So, ich hoffe, es sind genug Programmierer hier, dass sich das lohnt, hier einen Blick reinzuwerfen. Also wir haben hier die Run-Post-Methode. Da wird spezifiziert, dass es ein HTTP-Trigger ist, der diese Funktion anstößt. Da gibt es auch andere Trigger-Arten wie einen Timer-Trigger oder einen Storage-Trigger, der dann getriggert wird, wenn in irgendeiner Tabelle ein Datensatz landet. Wir sehen, dass das auf einen HTTP-Post reagiert und bekommen das Objekt HTTP-Request reingereicht. iLogger, also das Logger-Ding ignorieren wir jetzt mal. Da wird hier eine Statusinformation einfach weggeloggt. Und dann gehen wir in den Stream-Reader Request-Body. Das heißt, wir holen uns, in dem Fall ist es ja ein HTTP-Post. Das heißt, in dem Body steckt wieder jetzt der JSON-String drin mit dem Event. Also in dem Fall ist es ein Sensor-Data-Event. Da steht also drin Timestamp, Sensor-ID und der Wert, der übermittelt wird. So, der wird ausgelesen aus dem HTTP-Post-Request und in den String-Request-Body reingesteckt. Dann haben wir ein C-Sharp-Modell-Sensor-Data. Und das wird hier belegt, in dem dieser Request-Body, den wir eben bekommen haben, in dem der deserialisiert wird. Also aus diesem JSON-String wird dann ein C-Sharp-Objekt gemacht. Das ist Sensor-Data. Dann wird überprüft, ob es da bei der Serialisierung einen Fehler gab. Also wenn jetzt falsch formatierte Daten geschickt würden, würde er halt hier ein Bad-Request-Result rausschicken. Wenn es funktioniert hat, dann bauen wir die SQL-Connection auf und schreiben den Datensatz dann in die Datenbank. So, und das ist schon alles, was jetzt diese eine Azure-Function-Post-Sensor-Data tut. Okay, kommen wir zu den weiteren Sensoren. Also nur ganz knapp. Nochmal wichtig, wir haben das alles modular aufgebaut. Das heißt, dass wir halt diese ganzen Erweiterungen auch machen können. Was wären also weitere Sensoren? Was könnten wir uns vorstellen? So ein Sensor für die Außentemperatur oder auch ein Sensor, der realisiert, ob das Fenster geöffnet ist oder nicht. Das könnte man da alles anbinden. Das ist ja in dieser Datenbank, da haben wir einfach die Sensor-Data drin und die Sensoren. Da müsste man das registrieren und dann könnte man das da auch einfach wegschreiben. Und je nachdem, wie später die Engine sozusagen dahinter ist, will die die Daten nutzen oder nicht. Und natürlich ist auch ganz interessant die Wettervorhersage. Das heißt, wenn ich weiß, heute soll es sehr warm werden oder heute ist ein sehr sonniger Tag, dann wäre es natürlich auch gut, diese Daten mit in Betracht zu ziehen. Je nachdem, wie gut natürlich die Wettervorhersage ist. Hier ein kurzes Beispiel dazu. Also es gibt dieses Open Weather Map. Das stellt eine kostenlose API zur Verfügung für den, für über fünf Tage im Drei-Stunden-Takt. Und das ist relativ simpel. Man registriert sich da, kriegt so ein API-Code und dann kann man anhand so einem, ja, an so einer Rest-API einfach zum Beispiel die Postleitzahl eingeben, hier den ZIP-Code und kriegt dann entsprechend einen JSON-String raus oder einen XML, den man dann weiterverarbeiten kann. Genau. Also kriegt man hier irgendwie sein JSON raus, hier in der Browser-Darstellung, schreibt das irgendwie in eine richtige, in Tabellenform und schiebt es ganz in die Datenbank. Genau. Okay. Das aber nur ganz knapp zu den weiteren Sensoren. Also da fällt einem glaube ich vieles ein, aber die, die eigentliche Herausforderung liegt glaube ich, ja, wir haben es jetzt reißerisch KI-Engine genannt. Wir nutzen natürlich den Begriff auch gerne, um hier alle Leute anzulocken. Nee, im Prinzip ist es maschinelles Lernen. Also was wir eben gesehen haben, der Nutzer gibt eigentlich seine Temperaturen vor, äh, Temperaturen vor, im Sinne dieses User-Programms. Das kann täglich sein oder wöchentlich und die Herausforderung ist, das in ein gutes Programm für das Device sozusagen zu übersetzen. Da ist eigentlich sozusagen der Knackpunkt drin, wie wir das machen wollen. Und das hatte ich vorhin schon erzählt, ganz am Anfang, das größte Problem ist die Trägheit. Das heißt, wir haben erstmal irgendwie, das Ventil wird geöffnet, es passiert lange Zeit nichts, dann geht das Ding hoch und zweites Problem, dieses Überheizen. Sprich, wenn das Ventil geschlossen wird, dann heizt der immer noch weiter nach. Können das uns auch mal an echten Daten angucken. Genau. Das ist jetzt von dem Modellhaus tatsächlich, sind das Daten. Hier oben, die sind 1, 2, 3, 4, 6 Tage haben wir da drin. Und hier unten sind die Tage alle übereinander gelegt. Wir haben also alles mit dem gleichen Programm laufen lassen. Und da sieht man eigentlich ganz schön, dass hier zum Beispiel um 6 Uhr geht, wird sozusagen die Temperatur soll hochgehen. Und was passiert? Entweder bin ich sozusagen vorher am Abklingen und dann heize ich schon davor hoch und dann geht es erst in so einer Welle hoch. Oder ich treffe genau den Punkt, dann habe ich aber ein viel zu großes Überheizen drin. Genau. Und dieses probieren wir sozusagen halt zu verbessern. In welchen Bereichen sind die für die Überschwingungen? Nee, nee, gerade sehr süß. Also bei dem Modellhaus haben wir tatsächlich, hier sind 30, ist ein bisschen klein und hier sind 35 Grad. Also es sind durchaus 3, 4. Achso, ja. Ich soll die Frage wiederholen. Also sehe ich gerade. Also es ging drum, in welchem Bereich sich diese Temperaturschwankungen befinden. Und die sind durchaus sehr, sehr ordentlich. Also in dem Modellhaus sind wir zwischen 30 und 35 Grad hier zum Beispiel. Das heißt, da haben wir irgendwie ein Delta von 4 Grad oder sowas bei der echten Heizung. Genau. Also in meiner echten Messung habe ich auch gesehen, dass das auch Bereiche von bis zu 3 Grad sind, in denen das überschwingt. Also man hat immer diese kleine, den Triggerwert, wo es dann, wo die Heizung anschaltet. Und dann geht das durchaus 2, 3, 4 Grad hoch und dauert eben auch extrem lange, bis es dann wieder abfällt. Also wir haben das zum Beispiel hier. Wir haben 0,2 Grad drunter, dann springt dieser Trigger an, also vom normalen Thermostat. Das heißt, wenn wir hier unter die 30 Grad sinken, dann heizt er auch nur ganz kurz, also von 29,8 bis zu 30 Grad und er heizt halt trotzdem hier bis 33 sozusagen hoch. Genau. Und deshalb funktioniert quasi so eine normale Thermostatregelung nicht. Wir haben auch ein bisschen mit so einem PIT-Regler rumgespielt. Da haben wir aber auch bisher noch keine guten Ergebnisse hinbekommen. Genau. Und das entspricht im Prinzip auch dem Verhalten von der herkömmlichen Thermostatsteuerung. Ich glaube, der Grundproblem dieses starken Überschwingens liegt in der Anpassung des gesamten Systems überhaupt an das Haus. Wenn wir versuchen, einen Kaktus der drei Truppen brauchen, einen C-Schlauch zu gießen, das geht egal, wie gut die Regelung ist, das ist nicht in die Hose. Weil da einfach direkt kubinmeterweise das Wasser rauskommt. Und wenn man das erstmal anpasst, das Thema ist dann immer auch hydraulischer Abgleichung, dass das vernünftig die Regelung, die ihr ansteuert, auch entsprechend vernünftig regeln können. Okay, das war jetzt eine sehr detaillierte technische Frage. Genau, ich bin aufgefordert, die zu wiederholen. Dazu fühle ich mich jetzt gar nicht in der Lage. Danke, sondern ich würde vorschlagen, entweder machen wir es direkt nach dem Talk. Da machen wir auch nochmal Question and Answers. Und sonst können wir die nächsten zwei Tage da auch gerne noch sehr intensiv drüber sprechen. Also sind wir auch sehr interessiert, was es da noch für Erkenntnisse und Meinungen gibt über das Grundheizverhalten von solchen Fußbodenheizungssystemen. Das ist natürlich ganz komplex. Wir haben hier absichtlich abstrahiert und vereinfacht, versuchen eben auf dem Weg eine Verbesserung hinzukriegen. Aber sehr spannend, da nochmal über andere Details zu sprechen. Gute Frage, damit ich es auch in meinem bestehenden Haus testen kann. Achso, die Frage war, warum wir jetzt so hohe Werte bei dem Modellhaus benutzen. Genau, und das ist einfach ein praktischer Grund, um es testbar zu machen, weil ich habe das Haus ja in meinem Zimmer stehen. Da sind dann auch, weiß nicht, zwischen 20 und 25 Grad Raumtemperatur. Das ist quasi die Außentemperatur des Modellhauses, ist die Innentemperatur in meinem Zimmer. Beziehungsweise habe ich es jetzt in den Keller gestellt, weil es da ein bisschen konstanter und kühler ist. Gerade jetzt, als es so heiß war, war das nämlich sonst, hätte ich hier auf 80 Grad hochheizen müssen. Genau, also die Außentemperatur des Modellhauses ist dann schon 25 Grad und dann muss ich halt auf 30 Grad gehen, also Wunschtemperatur, damit der überhaupt anspringt. Aber das Prinzip ist ja das gleiche. Okay, machen wir mal weiter mit der Engine. Genau, also worum geht es im Prinzip? Das ist eigentlich ein relativ simples, simplen Output, den wir haben wollen bei diesem maschinellen Lernen. Nämlich, wir wollen eigentlich nur sagen, zu einem bestimmten Zeitpunkt macht das Ventil an oder aus. Das heißt im Prinzip, der Output von so einem Modell müsste einfach nur an oder aus zu einer gewissen Zeit sein. Wir haben allerdings kein klassisches Klassifikationsproblem, also sowas wie irgendwie, wir wollen auf Bildern Hunde von Katzen unterscheiden. Warum haben wir sowas nicht? Weil wir keinen Datensatz haben, der sozusagen die richtigen Labels drin hat. Also bei dem Hund-Katze-Beispiel, da ist normalerweise ein großer Datensatz dahinter, an dem hat man so ein Modell trainiert und da gibt es halt, sind die einzelnen Bilder halt gelabelt. Ja, da ist ein Hund drauf, ja, da ist eine Katze drauf. Das haben wir hier nicht, sondern wir wissen ja sozusagen nicht, was ideal wäre. Da müsste man es erst wieder richtig alles simulieren, um das Ideal zu finden. Wie machen wir das? Wir benutzen eine Bewertungsfunktion. Das heißt, wir wollen einfach die Differenz zwischen der gewünschten und der tatsächlichen Temperatur, nehmen wir, die wollen wir ja minimieren und das im Laufe des Tages. Das heißt, wir aggregieren einfach über den Tag auf und schauen uns halt diese Differenz an. Das heißt, ja, beim Tagesprogramm Aggregation über den ganzen Tag. Dann können wir uns noch überlegen, wollen wir die Überheizphasen genauso bewerten, wie die, also wo die Temperatur zu warm ist, genauso bewerten, wie wenn die Temperatur zu kalt ist oder wollen wir das vielleicht unterschiedlich gewichten. Also vielleicht sind wir sehr energiesparsam und sagen, nee, bloß nicht zu warm, darf nie über diese Temperatur kommen. Genauso können wir uns noch überlegen, wollen wir die Sprungpunkte, also zum Beispiel, wenn ich es genau um 6 Uhr so und so viel Grad haben will, soll ich das stärker gewichten, dass diese wirklich eingehalten werden. Ja, und was macht man normalerweise? Man nimmt einfach den mittleren quadratischen Fehler. Also wir nehmen die tatsächliche Temperatur, TI, ziehen davon die vom Nutzer, also User Temperature ab, quadrieren das Ganze und summieren halt auf und bilden quasi das Mittel. Das Ganze noch unsymmetrisch gemacht mit diesen Faktoren Alpha und Beta, das ist, was ich vorhin gesagt habe, mit Untergewichten und Übergewichten. Hier dieses Max und Min heißt einfach nur, wir nehmen halt den positiven oder den negativen Anteil davon. Und ja, mit den Sprungpunkten, da habe ich jetzt die Formel nicht hingeschrieben, aber man kann natürlich sozusagen checken, ist es an den Sprungpunkten, dann kommt noch ein weiterer Faktor dazu. Wofür kommt der mittlere quadratische statt der mittlere lineare Fehler? Ja, also man kann, ach so, genau, Frage wiederholen, wir lernen es heute noch irgendwann. Also die Frage war, warum wir den quadratischen Fehler und nicht den linearen Fehler nehmen. Wir können es genauso mit dem linearen machen, der quadratische ist halt dafür da, dass höhere Abweichungen noch stärker gewichtet werden. Und sozusagen, es ist ja so, dass wir, also man könnte sozusagen statt den in Klammern zum Quadrat, könnte man die Absolutbetrag nehmen, dann wäre es sozusagen linear. Aber bei den meisten Optimierungsdingern nimmt man den quadratischen Fehler, weil einfach größere Abweichungen stärker bestraft werden wollen. Genau. Was war sozusagen, ist unsere erste Methode? Also ja, KI-Engine sollte man es da vielleicht noch nicht nennen. Also es geht, wir sagen einfach, wir wollen die Thermostatsteuerung ganz normal nehmen, aber wir shiften die einfach nur zurück sozusagen. Wir fangen also einfach früher an zu heizen, kümmern uns aber noch nicht um diese Überheizphasen. Das heißt, wir haben nur einen einzigen Parameter, der sagt, der die Zeitverzögerung im Prinzip misst. Ja, also ich schiebe sozusagen diese ganze Kurve einfach nach links und sage dem halt schon um 5, ich will anfangen zu heizen, stand um 6. Genau. Also wie würde so ein Algorithmus aussehen? Wir ermitteln einfach für die letzten x Tage, also 3 oder 5 Tage oder sowas, diesen Timeshift-Parameter, der diese Loss-Function minimieren würde und dann bilden wir einen Durchschnitt von den Dingern. Also entweder ein Simple Moving Average, also wer schon mal mit Zeit rein kennt das vielleicht, also einfach einen Mittelwert, Simple Moving Average oder einen Exponential Moving Average, wo das halt exponentiell nach hinten hin abnimmt. Das heißt, ich nehme immer den letzten Tag, den Gewicht ich am stärksten und die anderen werden dann weniger stark gewichtet. Genau. Zweite Methode, schon ein bisschen intelligenter, und zwar wollen wir sozusagen domain-spezifisches Wissen einbringen. Das heißt, wir unterteilen in drei Phasen. Wir unterteilen nämlich in diese Aufheizphase, in die Haltephase und in die Abkühlphase. Und ja, jede Phase hat Parameter, anhand, die wir sozusagen erstmal bestimmen müssen und anhand derer wir dann das Heizverhalten optimieren. Wie könnte sowas aussehen? Also im Prinzip die Aufwärmphase könnte man als so ein Sigmoid, also so eine S-Kurve modellieren. Die Haltephase ist wahrscheinlich einfach nur so ein Sinus und die Abkühlphase ist quasi so eine umgedrehte Aufwärmphase. Und was haben wir jetzt im ersten Ansatz genommen? So eine Smooth-Step-Funktion nennt sich die. Die sieht hier relativ wild aus, ist die aber gar nicht. Im Prinzip ist es ein Polynom. Wir haben nur das N hier sozusagen als Parameter, was so ein bisschen die Steigung von dieser S-Kurve als Parameter hat. Dann haben wir noch Parameter A, B, C und D, die sozusagen das Ganze skalieren. Also die normale Funktion ist zwischen 0 und 1. Also hier ist 0 sozusagen, hier ist 1 und auf der y-Achse genauso. Und bei der Temperatur würden wir sozusagen die y-Achse an das Temperaturdelta anpassen und die x-Achse ans Zeitdelta. Und wie würde so ein Algorithmus aussehen? Ja, zuerst muss man mal die Phasen erkennen in den letzten Tagen. Wann war eine Aufwärmphase? Da kann man natürlich sehr gut einfach die Device-Events auslesen. Das Device sagt mir nämlich, da habe ich angefangen zu heizen, da habe ich aufgehört zu heizen. Dann finde halt die Parameter, die sozusagen diese drei Phasen am besten für diesen Raum beschreiben, also quasi eine Raumcharakteristik finden und dann halt entsprechend wieder die Heizung, diese Loss-Function minimieren. Genau. Und Ausblick, wo ich gerne hin will, ist das Ganze über Reinforcement Learning machen. Also Reinforcement Learning ist gerade so ein bisschen Trend in der KI-Forschung, die aktuell machen die das so mit Videospielen. Also so alte Atari-Spiele, wo sozusagen man quasi einen Agenten hat, der sich auf einem gewissen Feld bewegen kann und der kriegt quasi auch über die Punktzahl so eine Art Loss-Function oder eine Belohnungsfunktion und der probiert da halt so lange rum, bis der sozusagen die Pfade findet. Das wäre also quasi ein neuronales Netz, was man da hinten aufbauen würde und würde das dann einfach nur mit Outputs an und aus machen. Aber das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik dazu, müssen wir erstmal die ganze Infrastruktur und das ganze Zeug, dass das sauber läuft, hinkriegen. Genau. Im Prinzip braucht diese Engine nur, also die funktioniert auch über eine Restschnittstelle und hat eigentlich nur zwei Funktionen, nämlich zum einen, wenn ein neues User-Programm angelegt wird, dann muss sie natürlich anspringen und entsprechend das Programm auf dem Device verändern, also in der Datenbank oder die Lernfunktion, das heißt zu einem festgelegten Zeitintervall, meinetwegen immer nachts wird es aktualisiert und da werden die letzten Tage analysiert, um das ganze Ding zu verbessern. Genau. Ich glaube, von der Zeit her gehe ich nicht auf die ganzen Details dazu ein. Ganz kurz, wir haben für die Engine, benutzen wir R als Statistiksoftware oder um die Daten aufzubereiten. Man kann mit R ganz simpel, da gibt es ein Package Plumber, kann man ganz einfach eine Rest-API machen. Diese Rest-API, das stecken wir in den Docker-Container und kann das hochladen. Das ist also heutzutage wirklich super simpel, wie man mit R das tatsächlich über Web-Services machen kann. Also hier ganz kurz, so sieht so ein Beispiel aus hier auf der linken Seite. Das ist unsere Funktion, ganz simpel, die gibt einfach nur diese Message zurück. Man hat so Decorators, man sagt, das ist ein Get-Ding mit hier so einem Kommentar, quasi mit Speziellen und das ist es im Prinzip schon. Und dann startet man das ganze Zeug. Also wirklich super simpel, damit mittlerweile sowas zu machen. Glaubt Ihr Programm nach Stundenenden, die mal Stundenwerte und nach Tagesenden, die mal Tageswerte, so Durchschnitte also? Also die Frage war, ob wir in dem Programm Stunden- oder Tageswerte benutzen. Also wir nehmen im Prinzip die ganzen Sensordaten, die werden minütlicher hochgepackt und aktuell lassen wir es quasi täglich laufen. Also wirklich in der Nacht einmal gucken, guckt er sich die letzten fünf Tage an und rechnet aus denen sozusagen die Verbesserung her. Hat das die Frage beantwortet? Also ein Zusammenfassungswert für fünf Tage. Also Antwort war ein Zusammenfassungswert für fünf Tage. Na, ich gucke mir halt die letzten Tage an, um sozusagen zu optimieren. Und ich entwickle aus dem User-Programm ein Programm fürs Device. Das heißt, ich schreibe in dieses Programm fürs Device, dieser JSON-String ist so ausgebaut, dass er quasi pro Millisekunde sogar, könnte ich dem eine Temperatur geben. Und das heißt, da sind, was weiß ich, zehn Einträge drin und sagt, so Millisekunde 43.500, was vielleicht sechs Uhr ist oder weiß nicht, müssten wir ausrechnen, wie viel Uhr das ist. Da soll der dann diese Temperatur einstellen. So geht das rüber. Okay, und dann zum Abschluss noch kurz das Nutzer-Interface vorgestellt. Wir wollen drei Ansichten im Prinzip dort drin haben, nämlich den aktuellen Status, wo man sehen kann, wie verläuft die aktuelle Temperatur, welche Soll-Temperatur ist eingestellt. Wir wollen natürlich unsere User-Programms verwalten, dass man da welche anlegen kann, welche wieder löschen kann, aktiv schalten kann, etc. Und so ein bisschen Spielerei. Das letzte die Historie, dass ich mir halt auch die letzten Tage oder beliebig angucken kann und mir das schön visualisieren kann. Genau. Auch das, ungewöhnlich eigentlich für eine Web, für eine Oberfläche, habe ich in R gemacht. Da gibt es auch wieder ein sehr nettes Paket zu, das nennt sich Shiny. Also wer ein bisschen was von R schon versteht, sollte sich das mal angucken. Man kann damit viele interaktive Dashboards machen. Also aktuell wird es ganz viel im Data Science Bereich benutzt, dass man irgendwelche, ja, sich Visualisierungen machen kann von, was weiß ich, Bussen, die auf einer Open Street Map fahren oder was auch immer. Irgendwelche, ja, also alle möglichen grafischen Visualisierungen, da liegt sicherlich die Stärke drin. Aber man kann auch so ein einfaches User Interface im Prinzip damit stricken. Warum habe ich das gewählt? Weil ich mich damit einfach am besten auskenne. Also man kann auch jedes andere machen. Und wie gesagt, unser System ist so modular aufgebaut. Das sind halt alles Schnittstellen. Das heißt, man kann auch jedes andere daran flanschen, wenn man möchte. Also wer sagt, er möchte unbedingt mal so ein Webfrontend irgendwie entwickeln, gerne bei uns melden, machen wir das zusammen. Also ein interessanter Bereich wird da wahrscheinlich auch seine Integration in Heimautomatisierungssysteme, dass man gar nicht das UI nur für den Zweck baut, sondern das halt in bestehende Systeme mit UIs integriert. Genau. Ja, da gehe ich, glaube ich, auch drüber. Also wer davon Interesse hat, kann sich das gerne bei uns angucken. An sich ist es auch wieder super simpel, wenn man damit anfängt. So sieht quasi so eine minimale Shiny-App aus. Das heißt, wir haben irgendwelche Server-Funktionen. Hier sind jetzt quasi keine drin, die sozusagen die Daten bereitstellen oder für die Interaktivität sorgen. Und wir haben das UI. Das wäre hier quasi eine leere Seite, wo einfach nur HelloFrostCon draufsteht. So simpel fängt das an. Und man kann aber alle möglichen Widgets da einbauen. Man muss nicht viel von HTML und JavaScript und so weiter verstehen, sondern das kann man alles in R relativ schön machen. Klar, wenn man es ganz customised haben will, dann muss man natürlich schon ein bisschen einsteigen. Wie sieht das also bei uns aus? Wir haben irgendwie so ein User-Login. Der ist hier jetzt noch nicht da. Man wählt sich einfach User aus und die Wohnung aus. Aber theoretisch würde man da seine Credentials eingeben. Dann landet man sozusagen in diesem Status-Ding, womit man einfach die aktuelle Temperatur sieht. Alles noch nicht schön gemacht. Aber damit man mal einen Eindruck kriegt, so wäre die Verwaltung für die Nutzerprogramme. Man kann sich da eins auswählen. Man kann das modifizieren, löschen oder ein neues Programm machen. Hier sehen wir diese Sprungfunktion. Also hier zum Beispiel, das kann man nicht lesen, bis 6 Uhr oder was soll 16 Grad sein, die Nachtabsenkung. Dann springt man hoch auf eine angenehme Temperatur für morgen und so weiter. Und so wird ein neues Nutzerprogramm, legt man an, einfach als Tabelle, indem man sagt, von so und so viel bis so und so viel Uhr soll es diese Temperatur haben. Genau. So viel dazu und jetzt noch die abschließenden Worte. Und dann anschließend die Fragerunde. Also herzlichen Dank für euer Interesse. Ich sah so die ein oder anderen interessierten Augen. So ganz wichtig, was ich mir vorstelle, ist, dass wir da ein Citizen Science Project draus machen. Dass wir also nicht nur mit wenigen einzelnen Testräumen und Testideen arbeiten, sondern dass wir es schaffen, die gesammelten Daten, mit denen wir experimentieren, dass wir da erstmal mehr Datenquellen als uns selber jetzt bekommen. Das heißt auch andere Räume, andere Raumcharakteristika. Und das würde ich dann sehr gerne öffentlich Open Data anonymisiert zur Verfügung stellen, sodass andere Leute, die dann ihre eigenen KI-Engines entwickeln und testen wollen, mit den Daten arbeiten können. Also nicht selber erstmal ein Modell oder ein eigenes Haus bereitstellen, Daten sammeln, um damit loszulegen. Genau. Wir haben vier GitHub-Repositories angelegt für die einzelnen Bereiche. Da könnt ihr euch jetzt schon den Source Code angucken. Gerne ja auch liken oder ich weiß nicht, wie es auf GitHub heißt, Sternchen nennen, damit wir mit euch ins Gespräch kommen und da Feedback abgeben. Das machen wir gerne jetzt auch die kommenden zwei Tage hier vor Ort. Also wir sind vorne am Freifunker-Stand oder OK Lab. Da sind wir jetzt heute auf jeden Fall. Also ich heute auf jeden Fall. Morgen glaube ich. Ich will morgen auch kommen, ja. Und ihr kennt uns dann an diesem Haus und an den beiden Gesichtern hinter dem Stand. Wir wollen wirklich sehr, sehr gerne euer Feedback haben und möglichst auch enthusiastische Leute, die mitprogrammieren und Daten bereitstellen wollen. Und das ist ja klar, dass eine gute KI-Engine halt viele Daten braucht. Und das ist eben auch der Punkt, wo wir natürlich gegen andere kommerzielle Systeme uns abgrenzen wollen. Dass wir sagen, wir sind nicht wie Nest, die alle Daten halt bei sich proprietär abspeichern, analysieren, die tollsten Sachen damit machen können, sondern wir wollen halt eine Alternative bieten, damit auch Open-Source-Lösungen halt damit mit großen Datenmengen arbeiten können. Und wie gesagt, der modulare Aufbau erlaubt es halt auch, sämtliche Komponenten isoliert auszutauschen. Falls jetzt jemand sagt, okay, ich möchte mein eigenes Device bauen, was dann noch die Luftfeuchtigkeit und Fenstersensoren berücksichtigt oder sowas, seid ihr herzlich willkommen dann auf unserer Basis zu forken und eigene Erweiterungen zu entwickeln. Danke, Olga. Danke euch. Erstmal danke euch für die Aufmerksamkeit. Wir sind auch auf Twitter, da sind unsere Handles. Also einfach uns da kontaktieren oder wie gesagt hier am Stand. Und hier nochmal die GitHub-Repositories. Ich muss gestehen, da habe ich leider noch nichts hochgeladen. Das mache ich aber heute oder morgen spätestens. Drei von den vieren haben wir gestern erst angelegt. Also es ist Work in Progress, aber ja, genau. Nee, wir hatten vorher schon ein anderes GitHub-Repo, wo alles zusammen reingeklatscht und unstrukturiert war, aber das wollen wir halt jetzt auch zum Anlass nehmen, da ein bisschen mehr Struktur reinzubringen. Fragen? Genau, wir haben hier ein Mikrofon, damit wir nicht erstmal die, damit wir nicht immer die Fragen falsch wiederholen. Geht das Mikrofon? Das geht. Stellt ihr euch das Banner? Ja. Alles klar. Ja, hallo. Jetzt. Nee. Magst du kurz runtergehen? Achso, sonst nimmst du einfach erstmal das Mikro kurz. Erstmal danke für den schönen Beitrag und das nette Projekt. Meine Frage wäre, habt ihr schon mal mit klassischen modellbasierten Regelungsverfahren das probiert? Das wäre so in Richtung Modellidentifikation und modellprädiktiver Regelung. Haben wir noch nicht gemacht, weil wir uns in dem Gebiet eigentlich noch gar nicht auskennen. Also im Endeffekt wollten wir gerne alles so ein bisschen selbst machen erstmal. Aber es gibt natürlich einen ganzen Haufen Literatur und ich nehme auch an, es gibt auch Leute, die haben schon mal irgendwie eine Heizung simuliert, dass man zum Beispiel auch irgendwie anhand von gewissen Parameter so eine Simulation davon drauf abgreifen könnte. Das wäre natürlich auch super spannend, gerade im Sinne von der KI-Engine, dass man da sozusagen die Simulationsdaten dafür auch nehmen könnte. Aber gerne können wir uns gerne mal drüber unterhalten. Einfach mal hier nach vorne. Ich habe zwei rein praktische, profane Fragen. Die eine ist Außentemperatursteuerung. Das wird doch normalerweise vom Heizkessel übernommen. Ja, das ist richtig. Das heißt, das wäre dann doppelt gemoppelt eigentlich. Ja, also quasi die Vorlauftemperatur von so einer Fußbodenheizung, die wird vom zentralen Heizungssystem gesteuert und hängt ab von der Außentemperatur. Das bedeutet aber nur, dass wenn wir eben sehr, sehr kalte Außentemperaturen haben, das heißt ein hoher Energieverlust dann aus dem Raum in die Umwelt passiert, dass wir dann diese Vorlauftemperatur höher regeln. Also das sind alles Parameter, die interessant sind, die man auch einfließen lassen könnte. Wir versuchen aber jetzt so viel wie möglich davon zu ignorieren und versuchen, ob wir dann mit den einfachen Methoden trotzdem gute Ergebnisse hinkriegen. Also wir wollen tatsächlich halt jetzt nur ein Thermostat austauschen oder mehrere, aber eben genau diese ganzen komplexen Parameter, die aus der Heizung rauskommen, erstmal gerne nicht beachten. Ja, und jetzt die Frage zu dem Arduino-Controller. Der Sensor für die Temperatur befindet sich auf dem Board. Nee, das ist eine externe kleine Platine, die an das Board angeschlossen ist. Ja, okay. Das heißt, man hat also nicht in jedem Raum einen Arduino-Controller, sondern irgendwie, weil normalerweise ist das ja bei einer fertigen Fußbodenheizung so, dass man da irgend so einen Fühler an der Wand hat, der schnell abbricht mit so einer komischen Flüssigkeit drin und dann so ein Kabel, was zu den Thermostaten geht. Wie wird dann da dieser Arduino-Controller angeschlossen? Wird er an diese Raumfühler angeschlossen? Das ist eine interessante Frage, die habe ich gestern auch gerade noch diskutiert. Also momentan machen wir es tatsächlich so, dass ein Arduino mit Relais und Temperaturfühler und Display in jedem Raum hängt. Das heißt, von dem Thermostat, dem neuen, geht quasi nur die 220-Volt-Leitung zurück in das Steuerzimmer, wo die ganzen Kabel zusammenlaufen und steuert da die Ventile, die Stellmotoren. Man könnte es natürlich auch so machen, dass man jetzt nur die Temperaturfühler, vielleicht das Display oder den Drehknopf in dem Raum hat, aber den Controller, den Mikro-Controller oder auch den Raspberry direkt an dieser zentralen Steuereinheit verbaut. Das ist im Prinzip eine Geschmackssache oder eine Architekturfrage, wie man das aufbauen möchte. Ich meine, weil die Kabel von den Fühlern müssen ja auch geleakt werden oder man nutzt die Kabel, die schon geleakt worden sind. Genau. Also in der Regel liegt halt dieses 220-Volt-Kabel schon da, was zu dem aktuellen dummen Thermostat führt und dort eben auch so einen Schwellwertschalter einfach implementiert. Genau, aber im Prinzip wäre das sozusagen der Kasten hier links, diese Einheit, die würde in jedem Raum hängen. Genau, das ist natürlich dann auch wieder eine Kostenfrage, wie viele Räume, wie viele Thermostate habe ich. Ich habe es jetzt hier überschlagen, dass der Mikro-Controller mit den Komponenten im schlimmsten Fall 20 Euro kostet. Ich glaube, so ein herkömmliches Thermostat liegt in einem ähnlichen Größenordnungsbereich. Also von der Kostenfrage ist das, denke ich, vertretbar so, aber es ist nicht die einzige Möglichkeit. Man kann das auch anders aufbauen. Okay. Ich habe bei mir noch so eine lustige neue Kaltwasserbodenheizung in der Wohnung. Und im Endeffekt ist es so, ich stelle die ja auf dauerhaft 20 Grad, weil die braucht drei bis vier Stunden, bis es wieder warm ist. Und da ist eigentlich die Frage bei mir, wenn ich im Winter mit offenem Fenster und angemachter Bodenheizung schlafe, ist es halt schon blöd. Aber ich will es schon morgen warm haben. Habt ihr eine Idee, wie viel Kosten du damit sparst, indem du das ein bisschen intelligenter machst? Noch nicht. Aber genau da wollen wir natürlich hin, dass wir auch jetzt hier Einsparpotenziale und dann natürlich auch CO2-Einsparungen messen können. Also das wäre auch toll, wenn wir das in den zukünftigen Varianten schaffen. Das wird auch ein erstes Ergebnis auch aus dem Modellhaus sein. Dass wenn wir sagen, okay, wir vergleichen jetzt quasi die dumme herkömmliche überschwingende Lösung auch von den Energiemengen, die wir da jetzt messen, mit einer optimierten und gucken, ob wir da wirklich auch energiemäßig runterkommen. Ich habe geschaut, die clevereren Thermostate bist du ja bei mindestens 70 Euro das Stück. Dann hast du ja irgendwie drei, vier Zimmer. Und da brauchst du Dutzende von Jahren wahrscheinlich, bis du die Kosten wieder reingefahren hast. Gut, ja, auf jeden Fall. Genau, aber es ist vielleicht noch, das hatten wir nämlich gestern diskutiert, so ein Haus, ein modernes Haus hat ja auch den Energieausweis. Und da gibt es ja auch so eine Kilowatt pro Stunde, äh Kilowattstunde pro Quadratmeter oder sowas. Genau, pro Jahr und Quadratmeter. Und den könnte man vielleicht auch als Richtwert erstmal nehmen. Ist das ohne Rücksicht auf die Außentemperatur? Die Frage war, ist es ohne Rücksicht auf die Außentemperatur? Also ich bin da überfragt, weißt du was zum Energieausweis? Meinst du jetzt den Energieausweis oder unsere Ideen? Ja, ich meine, ob der Energieausweis die Temperaturdifferenz zwischen drinnen und draußen berücksichtigt. Nee, der Energieausweis, ist das eine Antwort auf die Frage? Okay, dann gebe ich die gerne weiter. Dann reiche ich mal das Mikro gerade weiter. Ganz kurz zu den Verbräuchen. Der DWD bietet auf seiner Webseite Klimafaktoren an. Postleitzahlen, genau, das sind über 8000 Postleitzahlen, die dort aufgeführt werden. Der Deutsche Wetterdienst ist das, ne? Der Deutsche Wetterdienst bietet das an. Man kann dort dann die Verbräuche, die man hat, über Monate oder Jahre aufgezeichnet, entsprechend qualifizieren, weil die Verbräuche mit Klimafaktoren beaufschlagt werden. Das heißt, habe ich ein heißes Jahr, wird der Verbrauch hochgerechnet und habe ich ein sehr kaltes Jahr, wird der runtergerechnet. Im Endeffekt habe ich nachher im Idealzustand eine Gerade. Geht die gerade nach oben, habe ich tatsächlich, oder habe ich eine Steigung, habe ich tatsächlich mehr verbraucht, geht sie runter, habe ich weniger verbraucht. Das ist das eine. Und auf diese Klimafaktoren, diese Einstufung der Häuser in ABC-Klassen, die werden auch mit diesen Klimafaktoren beaufschlagt. Sodass man dort da entsprechend eine Referenz dazu hat, was ist tatsächlich verbraucht worden. Das ist super spannend. Es gibt ohne weiteres Schwankungen von locker 20 bis 30 Prozent. Ich mache das seit über zehn Jahren. Da haben Sie also Klimafaktoren, wo Sie wirklich Werte haben von 1,2 und im nächsten Jahr von 0,95. Da sind da also schon locker 20, 25 Prozent drin. Nur mal als generelle Information. Okay, das müssen wir uns auf jeden Fall angucken. Also das Thema ist schon wirklich sehr komplex. Mal zu den Herren da drüben. Hallo. Was macht ihr eigentlich, wenn das Internet ausfällt? Habt ihr da ein Fallback? Oder wenn in eurem Programm ein Fehler drin ist, habt ihr... Was? Wie bitte? Wenn in eurem Azure-Programm... Hallo? Wenn in eurem Azure-Programm ein Fehler drin ist... Das ist so einfach, da passieren keine Fehler. Habt ihr die auf Fehler kontrolliert? Habt ihr Fehler-Tests gemacht? Ja, dann könnte es ja sein, dass das mal irgendwann unendlich ausrechnet. Und was macht dann eure Heizung? Nee, also die erste Frage finde ich ein bisschen realistischer als die zweite. Was machen wir, wenn das Internet ausfällt? Im Moment gar nichts. Aber der Plan ist natürlich, dass wir auch im Mikrocontroller dann einen Puffer haben. Das heißt, dass er die Ergebnisse, wenn die Verbindung abbricht, zwischenspeichert und später dann in einem Schwung zusammen hochlädt. Wenn der Controller abstürzt, ist das natürlich auch weg. Das sind alles so praktische Fragen, die kommen dann später. Mit der Sicherheit ist es natürlich auch so eine Sache. Also bei dem Haus ist es natürlich tatsächlich relativ gefährlich, wenn so ein Bügeleisen hier auf dauerhaft an ist. Bei einer Fußbodenheizung, ja, wenn ich weg bin, ist es im Zweifelsfall viele Kosten, aber die wird natürlich nicht unendlich heiß. Also so eine Wassertemperatur, was ist das, 35 Grad oder sowas, die da durchläuft. Das ist jetzt nicht so, dass da alles in Flammen aufgehen würde. Hier bei dem Ding habe ich schon Live-Bilder gesehen, wo es angefangen hat zu gucken. Also da ist es natürlich durchaus eine Sache. Da seht ihr, ich setze sogar mein echtes Haus aufs Spiel, um das auszuprobieren. Man könnte es vielleicht auch noch komplexer machen. Also es gibt ja auch noch weitere Heizungen im Haus. Es gibt ja noch weitere Heizungen im Haus, wie zum Beispiel, wenn ich jetzt in der Küche bin, der Herd, der auch Energie abgibt und dann auch heizt, ob es sinnvoll wäre, auch noch einen Sensor halt dann halt dran zu machen. Oder wenn ich im Bad bin, dann bin ich dann interessiert, halt sehr schnell Heizwärme zu bekommen. Ich habe einen Heizstrahler, ob das auch noch halt sinnvoll wäre, das zu berücksichtigen mit weiteren Sensoren. Ja, also das ist, darf ich antworten? Genau, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema, was im Prinzip jetzt der nächste logische Schritt sein wird, wenn wir hier quasi im Modellhaus angefangen haben, so Kennzahlen von einzelnen Räumen zu errechnen. Die werden in einem echten Raum, im echten Haus nicht so schön glatt aussehen, wie die Kurven, die ihr da gesehen habt. Sondern da leben Menschen, die schwitzen, kochen, heizen, machen Heizstrahler an, lüften, einfach so. Das ist extrem störend für so ein System. Genau, am besten funktioniert das, wenn niemand im Haus wohnt. Genau, aber auch da, also das sind dann auch so von der Datenanalyse halt sehr spannende Fragen. Schaffen wir das dann, wenn wir über die letzten paar Tage mitteln, dann trotzdem die aktuelle gute Kennzahlen für einen Raum rauszurechnen? Oder finden wir dann halt anhand von unrealistischen Sprüngen, können wir dann identifizieren, wenn ein Fenster geöffnet wurde oder der Kamin angefeuert und schaffen es dann, die zu ignorieren? Genau, also das haben tatsächlich auch schon viele von den kommerziellen Herstellern, die haben, die können detektieren, ob das Fenster auf ist oder nicht. Also insofern, das sollte nicht allzu schwer sein, indem man einen rapiden Temperaturabfall hat. Wahrscheinlich einen Kamin kann man auch relativ gut einfach anhand der Daten rauskriegen. Ja, das Kochen zum Beispiel dann auch, wenn gleichzeitig die Luftfeuchtigkeit mit ansteigt, also da kann man Pattern erkennen und dann halt sagen, okay, in dem Fall, dann bitte jetzt nicht direkt hochheizen. Aber natürlich müssen wir auch gewisse Entrauschalgorithmen noch draufhauen. Also ein bisschen Überlegung ist, ob man da mit Fourier-Transformationen so ein paar niederfrequente oder hochfrequente Dinge rausmachen kann. Das müssen wir aber noch ein bisschen genauer uns anschauen. Da gibt es sicherlich auch die Experten, die mit diesen Systemen zu tun haben, die da schon schon einige Ideen haben. So, da sind noch zwei Fragen. Genau, wir laufen jetzt so langsam schon in die Mittagspause rein. Das heißt, wenn jemand Hunger hat, dann geht er bitte jetzt. Alle anderen bleiben bis zum Schluss. Genau, für die Aufzeichnung ist es egal. Vielleicht ist es schon am Anfang gesagt worden, das weiß ich nicht ganz genau. Wir warten ganz kurz, bis sich das beruhigt hat, würde ich sagen. Also die Frage ist, ist das denn jetzt schon im Echteinsatz? Und ist da jetzt, ist der Ziel erreicht worden? Das weiß ich jetzt. Kann man nicht eindeutig beantworten. Tendenziell nein. Also das heißt, das Modellhaus läuft jetzt in der Form, dass es halt die Daten sendet. Also das heißt, wir capturen die Daten. Es hat das definierte Tagesprogramm, was wir momentan aber händisch in die Datenbank reintackern und jetzt noch nicht über das User Interface bereitstellen und haben momentan den einfachen Schwellwertalgorithmus, also mit Überschwingen drin. Noch nicht die optimierten Versionen. Also ist das jetzt schon im echten Haus aktiv oder nicht? Und sagt jetzt der, also nicht ihr beide, sondern die Nutzerin stand ja im Heft, sagt die jetzt, das ist super so, jetzt läuft das viel besser. Nee, so weit sind wir noch nicht. Also ich habe tatsächlich einen Mikrocontroller in meinem kleinen Klo laufen. Der läuft aber noch auf einem anderen Stand, als ich vorher den PID-Algorithmus, also so einen Regelsteueralgorithmus mal ausprobiert habe. Das habe ich aber nicht geschafft, den so zu konfigurieren, dass er schnell genug reagiert, dass das nur annähernd Sinn macht. Also da vielleicht auch nochmal die Frage an Spezialisten, die damit Erfahrung haben, ob PID da theoretisch ein Ansatz wäre. Ich hatte den jetzt erstmal verworfen. Der läuft tatsächlich in meinem echten Haus noch, weil ich noch nicht abgeschaltet habe. Wollen Sie mit diesem System keine Geschäfte machen? Nein. Nee, also spannende Frage. Wir machen das, weil wir lernen wollen, weil wir Spaß daran haben, sowas zu bauen, auch weil wir das als Prototyp vielleicht für andere ähnliche Fragestellungen ausprobieren wollen. Falls das jetzt richtig steil geht und wir wirklich gute Ergebnisse bekommen und man sagt, okay, das ist jetzt tatsächlich konkurrenzfähig, dann ist das Open Source. Dann sind auch kommerzielle Anbieter, ist das völlig okay, wenn die unsere Erkenntnisse nehmen und in kommerzielle Systeme einbauen, auch basierend auf den gesammelten Daten, die wir dann öffentlich stellen. Aber wir selber haben jetzt keine Ambitionen, Nest-Konkurrenz zu machen. Die zittern schon. Ich habe jetzt gelernt, ihr lernt in der Cloud und habt am Ende ein Lernergebnis. Ist das Fernziel irgendwann, dieses Lernergebnis in den Mikrocontroller zu stecken oder ein Parametersatz in den Mikrocontroller zu stecken, dass der irgendwann autark wird? Oder wird es immer so sein, dass, ich nenne es jetzt mal, die Cloud Steueranweisungen an den Mikrocontroller gibt und sagt, was zu tun ist? Also vermutlich, also ich glaube, auf so einen kleinen Mikrocontroller kriegen wir das nicht hin. Dann einen vernünftigen Algorithmus zu machen. Also ich finde das eine sehr interessante Frage. Ich würde es nicht mit Nein beantworten, sondern mit Ja, vielleicht. Ganz kurz vielleicht. Also ich könnte mir vorstellen, dass man einen Raspberry Pi oder sowas nimmt, wo ein bisschen Rechenkapazität drauf ist, dass man da sicherlich einige der Algorithmen machen kann. Aber jetzt der Mikrocontroller-Experte? Nee, vielleicht eher der Cloud-Experte. Nee, also ich denke, dass es jetzt am Anfang extrem wichtig ist, die ganzen Daten zu sammeln und zu lernen. Wenn dann der Output sein wird, okay, wir finden einen relativ einfachen Modus, der auf einem Raspberry oder sogar auf einem ESP32 autark laufen kann, dann ist das super. Dann brauchen wir die Cloud da nicht mehr. Nur noch vielleicht um die Steuersignale und für den Benutzer Interessens halber irgendwelche statistischen Daten anzuzeigen. Der Weg würde wahrscheinlich dann wieder übers Internet, über die Cloud gehen, aber nicht zwingend. Man hätte natürlich bei uns im zweiten Modell, wo wir so Raumparameter probiert haben, so ein bisschen zu skizzieren, wenn man sagt, man hat anhand wirklich von vieler Daten schon so Raumcharakteristik herausgearbeitet und kann sagen, ja, das ist ein kleines Badezimmer, das verhält sich in 95 Prozent der Fälle so und so, dann müsste man quasi nicht mehr groß lernen daraus und könnte die Parameter dann einfach natürlich aufs Beispiel. Aber da wissen wir noch nicht, was wir noch nicht wissen. Aber erstmal müssen wir wirklich die ganzen Anfangsdinge überwinden, sodass wir das erstmal in Live-Einsatz kriegen. Okay, dann vielen Dank für die ganzen Fragen. Wenn ihr Interesse habt, wie gesagt, kommt bei uns nochmal am Stand bei den Freifunkern. Okay, Lab vorbei. Genau, hier aus der Tür raus, gleich rechts. Direkt hier um die Ecke. Kommt da vorbei oder kontaktiert uns auf Twitter oder wie auch immer. Machen wir gleich. Machen wir gleich so. Dankeschön. Machen wir gleich.